Ja, meine Damen und Herren, ich glaube, wir kommen jetzt zum zweiten Teil der Tagung. Wir sind immer noch am Beginn, deshalb habe ich das Vergnügen, Sie begrüßen zu dürfen und zusammen mit Michael Wild, wir waren die beiden, die sich die Konzeption dieser Tagung ausgedacht haben und vielleicht auch zu verantworten haben, deshalb machen wir eine kurze Einführung aus unserer Sicht, weshalb wir dieses Thema danach für ein wichtiges Thema hielten, als wir darüber nachgedacht haben, was soll der Gegenstand dieser fünften internationalen Holocaust-Konferenz sein und in der Tat, ich finde es, wie Thomas Krüger schon gesagt hat, dass der Einleitungsvortrag von Dandina eine Perspektive aufgemacht hat, die für das, was wir hier die nächsten zwei Tage diskutieren und hin und her bewegen wollen, gar nicht besser sein könnte und zwar nicht nur in einer inhaltlichen Hinsicht, sondern auch in einer erkenntnistheoretischen Perspektive vielleicht sogar eine paradigmatische Überlegung, die hier angestellt worden ist und ich möchte das eigentlich gewissermaßen als spontane Reaktion noch mal kommentieren, der kleine Einleitungsvortrag, den ich vorgesehen hatte, den kann man im Freitag nachlesen, der liegt hier irgendwie aus, insofern wäre es sowieso eigentlich verschwendet dasselbe noch mal zu sagen, deshalb werde ich mal das Wagnis begehen, ein paar Gedanken noch in Kommentierung oder Überlegungen zu dem, was Dandina ausgeführt hat, hier zu sagen. Und zwar geht es ja eigentlich, Thomas Krüger hat es in der Einleitung zitiert, einer der berühmtesten Begriffe, die Dandina geprägt hat, war der Zivilisationsbruch. Bin mir ja gar nicht sicher, ob er den heute in dieser Weise noch verwenden könnte, denn dafür müsste man ja bestimmen können, was ist dem Bruch vorausgegangen und was folgt dem Bruch hinterher. Das heißt, eine solche Begrifflichkeit setzt ja eine Kontinuierung von Zivilisierungsgeschichte voraus. Und eigentlich ist nach dem, was wir heute Morgen gehört haben, wenn man versucht, eine bestimmte historische Phase zu ordnen, diese Form von Kontinuierung ja schon alleine nicht mehr möglich, weil wir je nach dem Ort, an dem Geschichte erfahren wird, je nach der Position in der Geschichte erfahren, erlitten oder auch ausgeübt wird, diese Form von Kontinuität ja nur noch eigentlich eine, die Historiker retroaktiv herstellen können, die aber in der Geschichte des wirklichen Geschehens dessen, was dort passiert und erfahren wird, so ja gar nicht stattfindet. Und als jemand, der sich sehr lange und auch heute noch mit der Theorie der Zivilisation von Norbert Elias beschäftigt hat und davon vielleicht auch intellektuell geprägt ist, ist natürlich hier auch gerade wieder die Frage. Norbert Elias hat von Endzivilisierungsprozessen gesprochen und niemals die Hypothese gehabt, dass Zivilisierung ein linearer, sich aufschichtender Prozess sei, sondern dass immer die Möglichkeit besteht, einmal erreichte Standards, einmal erreichte Niveaus wieder zurückzudrehen. Weshalb man natürlich in diesem Kontext der Fragestellung, was bedeutet eigentlich ein Danach, was bedeutet eine Zwischenzeit, die Frage stellen muss, ob es so etwas wie eine Kontinuierung zivilisatorischer Prozesse gäbe und damit verbunden, wenn man das verneint, natürlich gleich die Frage anschließen muss, ob es so etwas wie eine Kontinuierung von geschichtlichen Abläufen, von solchen Prozessen geben könnte und dann wiederum direkt nochmal auf den Titel unserer Veranstaltung bezogen, wo die Erfahrungsgeschichte vorkommt. Gibt es denn so etwas wie eine Kontinuität von Erfahrung, von Seiten der Subjekte, die in bestimmten historischen Prozessen, Erleidensgeschichten, Erlebensgeschichten, Geschehnissen da sind? Gibt es diese Kontinuität? Und da würde ich jetzt nicht aus einer erkenntnistheoretischen, aber vielleicht dann auch aus einer sozialpsychologischen Perspektive, ich bin ja kein Historiker, deshalb kann ich immer gewagte Aussagen machen, aus so einer Perspektive sagen, natürlich nicht. Denn eine Leistung der Sinnbildung, sowohl auf der individuellen als auch auf der kollektiven Ebene, besteht eben darin, aus nicht sinnhaften Prozessen, aus ungleichzeitigen Geschehnissen, aus disparaten Ereignissen, aus antagonistischen Prozessen retroaktiv Sinn zu machen. Das heißt, Geschichte erst dann herzustellen, nachdem sie geschehen ist, nicht in dem Augenblick, wo sie geschieht. Und da ist dieses Thema danach natürlich ein geradezu paradigmatisches, empirisches Feld, genau dieses Phänomen überhaupt zu beschreiben. Und das haben wir in dem Einleitungsvortrag in aller Brillanz gehört, wie heterogen nicht nur die Erfahrung ist, sondern wie zerdehnt auch der zeitliche Prozess ist, wie ungleichzeitig die Abläufe sind und wie disparat in räumlicher Perspektive und in Perspektiven der jeweiligen Zugehörigkeiten dieser Prozess ist, den man auf ein historisches Datum verdichtet oder auf eine kurze Zeitspanne verdichtet, wie 1945 bis 1949, wo wir auch jetzt gezeigt bekommen haben, dass das wie jede Form der Periodisierung eine höchst fragwürdige ist. Aber man könnte natürlich genau in der Perspektive die Frage stellen, ist nicht eine Periodisierung überhaupt fragwürdig? Geschichte findet ja nicht in Perioden statt, wenn sie stattfindet. Niemand weiß ja als Subjekt einer bestimmten Geschichte, welche Periode gerade stattfindet, sondern das ist ja eine Angelegenheit der nachträglichen Arbeit derjenigen, die in eine empirische Unordnung versuchen, eine Art chronologische, womöglich sogar kausale Ordnung zu bringen und dann Perioden identifizieren können. Also retroaktive Konstruktion von zeitlichen Ordnungen und räumlichen Ordnungen in Geschichtsprozesse hinein, die selber diese Ordnung überhaupt nicht aufweisen. Gerade diese Phase, über die wir hier sprechen, das unmittelbare Danach ist ja eine völlig zerfallene Geschichte auf der Ebene der unterschiedlichen Erfahrungen der Subjekte, die in diesen verdichteten Geschichtsprozess einbezogen sind, aber überhaupt keine homogene Erfahrung dessen ausbilden können. Und dann ist es aber gleichzeitig wieder interessant, wie in solchen zerfallenen, extrem heterogenen, extrem verdichteten historischen Prozessen und dann die Subjekte oder auch Institutionen, sofern sie noch vorhanden sind, beginnen Ordnungen herzustellen, temporäre Ordnungen herzustellen, als sozusagen Vermögen von Subjekten und Gruppen, Bewältigung solcher extrem chaotischen, heterogenen Situationen herzustellen. Und diese Frage, wie diese Ordnungsherstellungen funktionieren, wie sie vielleicht miteinander auch konfligieren, wie sie zu kontraintuitiven Ergebnissen kommen, das ist ja die Frage, mit der wir uns hier die nächsten zwei Tage beschäftigen müssen. Aber ich finde, im Nachgang zu dem Vortrag von eben sind zwei Punkte mir total nochmal deutlich geworden. Eines, was man glaube ich für Tagungen dieser Art oder für die ganze Auseinandersetzung mit dem Holocaust und der Nachgeschichte insbesondere viel stärker ins Bewusstsein rücken muss, nicht nur die Nachhaltigkeit der Geschichte und Erfahrungsgeschichte dieser Ereignisse, sondern der sehr schlichte, aber doch sehr weitreichende Sachverhalt, dass die Handlungsfolgen von gestern, die Handlungsbedingungen von heute sind. Ich glaube, das ist ein sehr zentraler Aspekt, insbesondere dann, wenn eben diese Handlungsbedingungen nicht auf der Grundlage kausal und linear rekonstruierbarer geordneter Abfolgen gekommen sind, sondern eben auf der Grundlage solcher höchst heterogener Situationen, in der bestimmte Prozesse der Gruppenbildung, bestimmte Prozesse der Machtbildung dann dafür sorgen, was die Handlungsbedingungen in der Gegenwart oder in unserem Fall auch in längeren Gegenwarten über die transgenerationelle Vermittlung und auch über die Vermittlung oder die Bildung neuer Kollektive und Staaten sind. Insofern ist da etwas, was nicht geeignet ist, vielleicht aus der Geschichte zu lernen, sondern eine Empirie des Hereinreichens von solchen Bedingungen der Vergangenheit in unsere Handlungsbedingungen heute. Im Übrigen als epistemologische Drehung würde ich mir ja als Sozialwissenschaftler auch die Vorstellung machen, dass man eigentlich Gegenwarten genauso beschreiben muss, wie es dann Diener gerade im Rückgriff, auch dann würde man, glaube ich, etwas mehr verstehen, als würde man eine geordnete Geschichte zugrunde legen und sich dann immer wundern, wie chaotisch die Gegenwart aussieht und wie heterogene Akteure mit heterogenen Absichten da agieren. Aber die Gegenwart ist hier nicht das Thema, sondern diese Form von Vergangenheit und insofern würde ich denken, es würde wichtig sein, Gegenwart nicht nur anders zu erzählen, sondern Geschichte auch anders zu erzählen, das heißt, einen narrativen und epistemologischen Modus zu finden, dass man diese Ungleichzeitigkeiten und scheinbar chaotischen Prozesse auch in ihrer Heterogenität erhält und nicht nachträglich glättet. Aber der wichtigste Gedanke, der wurde geäußert unter dem Begriff des absoluten Genozids und das ist meines Erachtens nach erkenntnistheoretisch ziemlich fundamental, was Diener hier entwickelt hat, nämlich, dass dieser absolute Genozid auch dazu führt, er hat es genannt, die Annullierung der Begriffe und zwar der Begriffe, in der man die Vorgeschichte hätte verstehen können und verstehen müssen und diese Begriffe werden deswegen annulliert, weil danach eben alles anders ist und nicht einmal mehr die Subjekte, die diese Geschichte gemacht haben oder erlitten haben oder Teil dieser Geschichte gewesen sind, sich selbst noch verstehen können. Also, das ist meines Erachtens nach eine ziemlich gravierende erkenntnistheoretische Überlegung, die dem zugrunde liegt, dass also sozusagen durch das, was historisch passiert, auch die Verstehensmöglichkeiten dessen, was diesem Geschehen vorausgegangen ist, annulliert werden, dass man das nicht mehr verstehen kann und dass die Geschichtssubjekte selber die Begriffe gewissermaßen enteignet bekommen, in denen sie sich selber vorher verstanden haben und genau in so einem Modell hätte man genau wieder die Bewegungsform einer heterogenen Nachgeschichte, die man nicht richtig auf die Reihe kriegt. Also, es könnte sogar sein, dass wir jetzt eine Tagung haben, die möglicherweise mit einem Paradigmenwechsel eingeleitet wird, in der Art, Geschichte zu verstehen und diese Geschichte zu erzählen. Wenn das so wäre, wäre das auf jeden Fall schon so viel, dass man eigentlich jetzt aufhören könnte und dann nachdenken. Aber da wir noch sehr viel hervorragende Referentinnen und Referenten und entsprechend komplexe Themen haben, gebe ich jetzt mal an Michael Wild weiter. Ja, wir werden sehen, ob es ein Paradigmenwechsel wird. In jedem Fall ist es aber eine Einladung an Sie, an uns alle, von vertrauten Perspektiven einmal Abstand zu nehmen und die Zeit nach dem Ende der NS-Herrschaft in Europa noch einmal neu zu betrachten. Sich zum einen der Zerstörung und Verwerfung bewusst zu werden und zum anderen aber die Unordnung, die Anarchie, wie Keith Lowe in seinem Buch geschrieben hat, der am Dienstag den Schlussvortrag halten wird, aber damit auch die Offenheit der Situation wahrzunehmen, die in dieser Zwischenzeit herrschte. So ist für uns heute die Verbindung von Nationalsozialismus und Holocaust selbstverständlich, aber bekanntlich waren in den Nürnberger Prozessen der Mord an den europäischen Juden kein Anklagepunkt. Franz Neumann, der 1933 als jüdischer linker Rechtsanwalt aus Deutschland erst nach England, dann in die USA geflohen ist, warnte seinen Doktoranden Raoul Hilberg, der seine Dissertation über den Holocaust schreiben wollte, eindringlich davor mit den Worten It's Your Funeral. Es ist ihr akademisches Begräbnis. Erst spät, in den 1960er Jahren, sicher mit dem Prozess gegen Eichmann in Jerusalem und den Auschwitz-Prozessen in Frankfurt am Bayern, begann man, den Mord an den europäischen Juden als das zentrale Verbrechen des Nationalsozialismus zu begreifen. Und es dauerte noch einmal ein gutes Jahrzehnt, bis mit der Fernsehserie Holocaust Ende der 1970er Jahre, dieses Geschehen auch in der deutschen gesellschaftlichen Öffentlichkeit, nicht zuletzt in der deutschen Geschichtsschreibung, wirklich wahrgenommen worden ist. Dabei war der Massenmord an den europäischen Juden durchaus schon Thema 1945 in den Camps jüdischer Überlebender, in denen sich erste Kommissionen bildeten, die die Geschichte und die Geschichten aufzuschreiben begannen. Der jüdische Psychologe David Bauder führte Interviews mit Holocaust-Überlebenden. Das wird im Panel Bilder, Zeugnisse, Dinge mit den Vorträgen von Ulrike Weckel, Elisabeth Gallers und Linda Abler am Montagnachmittag Thema sein. Da werden sie, wie wir gewohnt sind, wenn wir heute Filme, Dokumentarfilme, den Holocaust zu sehen bekommen, wir gewohnt sind, alte Menschen über ihre Erfahrungen auf dem Bildschirm zu sehen. Dort werden sie junge Stimmen hören. von Menschen, die unmittelbar nach der Befreiung 1945 interviewt worden sind, die möglicherweise gerade erst 20 Jahre alt waren oder Mitte der 20er Jahre, die ganz anders über ihre Erfahrungen sprechen, als wir nach 40 Jahren Holocaust-Narrativen möglicherweise geprägt sind. Also diese Erfahrung, als ich diese Stimmen zum ersten Mal gehört habe, mir wahrgenommen, wie jung diese Stimmen sind, die dort sprechen. Allein das ist schon eine, finde ich, eine sinnliche Erfahrung, die zeigt, wie groß auch der Abstand mittlerweile zu dieser Zwischenzeit geworden ist. Gerade dieser Begriff der Displaced Persons, über das, ein bürokratischer Euphemismus für die Millionen befreiter Häftlinge und Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern und sowjetischer Kriegsgefangene und anderer, für die Millionen Menschen, die auf der Flucht vor dem Krieg waren, die deportiert und vertrieben wurden, all jene Zwangsmigranten, die nach Hause wollten, nach Hause, wohin und auf die Hilfe von Alliierten angewiesen waren, überhaupt ihr tägliches Leben organisieren zu können, dass ein wichtiges und dann ein Moment nochmal auf diese Situation zu schauen, in dem Mitteleuropa Millionen unterwegs, Widerwillen erst mal dort waren, irgendwie nach Hause wollten, irgendwie sehen, wie soll es weitergehen. Das wird das Thema des Panels gleich im Anschluss mit Referaten von Artine Grossman, Michael Brenner und Stefan Tröbs sein und auch dem Vortrag von François Husson am Montagmorgen. Noch einmal auch das Ausmaß der Zerstörung und Verheerung vor allem natürlich in Osteuropa. In Warschau wurde nach dem Warschauer Aufstand 1944 als Racheaktion Warschau vollständig zerstört. Haus für Haus haben deutsche Wehrmachtsoldaten gesprengt, um diese Stadt endgültig für alle Zeiten vom Erdboden zu vertilgen. Diese Zerstörung und Verheerung und die vermühsamen Versuche, diese zerstörten Welten wieder zu ordnen, ist Thema des Panels am Montagmorgen mit Jörg Barbarowski, Jan Gross und Remy und Rüro. Und auch die Täterinnen und Täter waren Teil dieser Welt, deren Zerstörung sie zu verantworten hatten. Auch sie waren jung, Adolf Eichmann zum Beispiel war 1945 gerade erst 39 Jahre alt und suchten sich zu verstecken, der Rache der von ihnen gepeinigten Menschen zu entgehen und auf Fluchtwegen den von ihnen zerstörten Kontinent zu verlassen. Täterbilder und Netzwerke das Thema des zweiten Panels heute am späten Nachmittag mit Vorträgen von André Angrich, Wolfram Wette und Wendy Lohr. Und schließlich die Versuche der Alliierten in dieser Situation mit diesen besiegten Deutschen umzugehen, die bis zum letzten Tag gekämpft hatten und sich nicht wie 1918 mit einem Aufstand ihres verbrecherischen Regimes entledigt hatten. Was tun mit dieser Bevölkerung, wie die ersten Korrespondentinnen und Korrespondenten schon 1945 erfuhren, die angeblich nichts von den Verbrechen wusste und jede Mitverantwortung ablehnte. Juristische Ahndung, Strafverfolgung, Entnazifizierung, Re-Education sind sämtlich Versuche auf diese Situation zu regieren. Das Thema des fünften Panels am fünften Montagnachmittag mit Katharina Grund, Hanne Lessau und Alexa Stiller. Und wie Thomas Krüger heute Morgen schon sagte, werden auch wie in den bisherigen Konferenzen ein Workshop zur Vertiefung dieser Themen am Dienstag Vormittag geschehen. Im Abschluss wird Keith Lowe, dessen Buch Der wilde Kontinent gerade auf Deutsch erschienen ist und schon eine große Resonanz gefunden hat, Keith Lowe wird am Dienstag Nachmittag den Abschluss Bilden. Auch wir, Harald Welser und ich, haben zu danken der Bundeszentrale für politische Bildung, die diese Konferenz ermöglicht hat, den vielen Organisatoren und Organisatorinnen, die diese Tagung vorbereitet haben und nun dafür sorgen, dass alles klappt, allen Referentinnen und Referenten und den Moderatorinnen und Moderatoren der Panels wie der Workshops und nicht zuletzt Ihnen, die auch zu dieser Tagung der fünften mittlerweile so zahlreich gekommen sind. Wir heißen Sie herzlich willkommen und wünschen Ihnen und uns eine interessante, gedankenreiche, aufschlussreiche, ertragreiche Konferenz. Vielen Dank. Applaus 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 Vielen Dank.